Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janos Moratti bei die exotischen Pflanzen zu formen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu formen und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Livestreams mehr und keine Videos mehr. Heute machen wir Führung durch meinen Dschungel. Das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Video. So. Jetzt gehen wir zu meinem Mini-Gewächshaus. So. Jetzt haben wir da das Mini-Gewächshaus. Da ist der Knoblauch gekeimt. Schaut, sieht toll aus. So, hier haben wir den Mais und Tomaten. Und hier haben wir den Weihnachtsstern, Kaffee, Orangenbaum. Da blüht eine Gurke. So, da haben wir die Wassermelone. So, da haben wir die Wassermelone. Schaut gut aus. Da ist auch eine kleine Wassermelone. Mini-Mexikanische Mini-Gurke. So, hier haben wir meinen Felgenbaum mit Früchten. Und da ist eine Gurke. Schaut richtig gut aus. Und da ist noch eine Gurke. So, hier kommen wir zu den exotischen Pflanzen. Hier haben wir Kaffee. Das sieht man. An die Früchte. Und das sieht man. Das ist eine Papaya-Pflanze. Und eine Banane. Papaya. Quafe. Da haben wir eine Avocado. Maracuja. Und da haben wir auch noch eine Banane. Granatapfel. So. Jetzt zeige ich noch mal die Feigen. Schauen irgendwie noch nicht reif aus. So. Hier haben wir die Granatela. Und die Papaya-Pflanze. Und Uleve-Pflanze. Hier haben wir auch eine Feige. Und Maracuja. So. Hier haben wir Avocado-Pflanze. Und hier haben wir Kaki-Pflanze. Mit Früchten. Sieht toll aus. Hier haben wir die echte Lorbeer. Der treibt da überall aus. Er darf so wachsen. Und hier haben wir Zitronenbaum. Schaut sehr gut aus. Und hier haben wir den echten Winterhacken-Hibiskos. Mit sehr großen Blüten. Wunderschön. Größer als meine Hand. Hier haben wir die Belagona. Hier haben wir die Balkon-Pflanze. Und hier haben wir die Weihnachtssterne. Die haben wir heute umgedopft. Und da ist mein großen Weihnachtsstern. Er treibt da überall aus. Und Bananenbaum. Und Drachenfrucht-Pflanze. So. Da ist von meiner Tante der Zitronenbaum. Da hat er wunderschöne Zitronenblüte. Und eine Zitronenfrucht. Sieht ziemlich gut aus. Sieht schön aus. Ja. Tschüss Leute. Abonnert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut es in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut es Kanal-Info. Schaut es bei i vorbei. Und am Ende des Videos. Kannst ihr drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie. Bei Facebook, bei WhatsApp. Auf Instagram, auf Snapchat. Überall. Und tut den Kanal kostenlos. Abonnieren. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Livestreams mehr. Und keine Videos mehr. Bis zum nächsten Video. Der Gärtner Janus Moratti. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.